Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe letztens bei Wolle und Korne gesehen, die haben sich bei so einem Bolognese-Channel gegönnt und ich dachte mir so, ey, machst du mal mit. Vielleicht sieht Deins ja schon mal besser aus wie das vom Korne. Vielleicht lecker, keine Bolognese. Ich mache es auch nicht perfekt, möchte ich sagen und ich mache es wahrscheinlich komplett komisch und dumm, aber und dafür brauchen wir folgende Alte. Zuallererst natürlich einmal das gute, gut und günstig Schwein- und Rindhack. Was ich mir immer hole, ist noch natürlich Tomatenmark. Das ist ja eine Pflicht, wie ihr sehen könnt. Ich drehe das mal um. So rum. Tomatenmark. Ich hole jetzt auch mal das hier, weil das mit Würzgemüse dabei ist. Ich habe das auch schon mal anders probiert, aber das schmeckt scheiße. Dementsprechend habe ich immer das hier. Ich esse die hier verdammt gerne, deswegen gibt es diese hier, die Torte Lingi, Torte, Tordili, egal was auch immer. Wir fangen an. Das Ganze wird jetzt heiß. Wir brauchen natürlich zwei Töpfe, denn anders wie andere mache ich meine Bolognese in einem Topf. Habe ich damals vermutlich so gelernt. Dementsprechend wird es so gemacht. Hier kochen wir jetzt erstmal die Nudeln. Das ist natürlich erstmal das Wichtigste. Jetzt mache ich heißes Wasser da rein. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich mache da immer direkt heißes Wasser rein. Keine Ahnung, ob das richtig oder falsch ist, aber dann denke ich mir immer, dann ist das Wasser vielleicht schneller heiß. So, Wasser ist fertig. Jetzt fangen wir natürlich an, hier schon mal rein zu machen. Ne? Denn natürlich ein Schuss Öl. Und zwar bin ich zu faul. Bin ich zu faul, um Zwiebeln zu schneiden. Und habe da vielleicht so so eine Trockenzwiebeln, die ich quasi immer hier rein machen kann. Und dann fangen die an zu kochen. Wie ein junger Gott einfach das Hack oben rauf. Ziehen dann das Papier natürlich noch ab davon. Und schon drät unser Hack. Aber es soll natürlich nicht einfach nur braten und nach Hack schmecken. Sondern die mache ich immer bevor das Hack dreht, mache ich immer ein bisschen Zaubergewürz darauf. Schön aufs Hack. Das Hackfleisch auch generell mit dem Geschmack an sich schon annimmt. Ich nehme die Beste, ich liebe die Dicken. Die ist hier am allerliebsten. So, bisschen Salz oben drüber. Hauen wir das Tomatenmark da rein. Dann, volle Bulle. Ja, ich nehme immer doppelt. Ich bin ein großer Mann. Ich habe nicht umsonst so viel zugenommen im letzten Jahr. Also brauche ich auch viel, viel Tomatenmark, Viehsoße und so weiter. Ich habe erst überlegt, ob ich ein bisschen mit Sahne reinmache und so. Weil das ist ja eigentlich nicht eine Bolognese, sondern das ist ja eigentlich eine Sahnesoße. Von daher machen wir das ganz normal da mit. Dann, oh Gott, jetzt habe ich alles eingesaut mit Tomatenmark in meinen Händen. Nehmen wir diese geile Tasse von Donkey Kong. Und führen dort ein bisschen Wasser ein. Könnt ihr mal bitte appreciaten, wie geil diese Tasse aussieht? Die habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. So, guck mal wieder die geile Tasse an hier, ja? Donkey Kong, wie geil ist die Tasse? Und machen da ein bisschen Wasser rein. So, ich glaube, es ist zu viel. Oh nein, es ist zu flüssig geworden. Ich habe die Tasse unterschätzt, weil ich nehme sonst noch mal eine andere Tasse, weil ich wollte die nehmen, weil die cool aussieht. Obwohl das geht eigentlich. Ja, das geht noch. Obwohl, ah, ein bisschen dünn, aber ist nicht so schlimm. Die Kölke, die auch gleich noch einen Augenblick, dann wird die auch wieder ein bisschen fester. Also fangen wir an mit meinen ganzen Zutaten, die jetzt dazu kommen. Ich habe jetzt da so ein bisschen was mitgenommen. Und zwar, was natürlich am wichtigsten ist, ist erstmal der Zucker. Dann machen wir Zucker da rein. Soll ich mir echte aufschreiben, was da von was ist. Ich muss noch ein neues Zuckerpaket holen, als ich gerade. Das Ganze, ich finde, ist schon ein bisschen um. Noch noch ein bisschen mehr Zucker da rein. So, und das langt dann schon. Okay. Jetzt würde ich eine Prise Salz. So. Und einmal umrühren. Nochmal Salz. Das langt auch. Dann noch ein bisschen Pfeffer. Ja, die ist heute ein bisschen flüssig geworden. Ich nehme das immer eine andere Tasse. Aber ich wollte die mal nehmen, einfach nur um zu zeigen, ey, guck mal, ich habe diese Tasse. Aber das war einiges größer als gedacht. So, noch ein bisschen Pfeffer. So, dann lang. Schmecken wir gleich nochmal ab und gucken, was da noch fehlt soweit. Ich probiere das Ganze natürlich auch nochmal um. Dann Paprika, dass ich auch gerne immer noch scharf nehme. Ein scharfes Paprika. Pulver. Geil. Ich weiß. Mh, lecker. So. Würde ich nur ein bisschen Chili-Pulver. Ein bisschen Schärfe muss ja schon bei sein. Das schmeckt das Ganze nicht. So, Basilikum eigentlich alle? Scheiße, Basilikum ist alle, sehe ich gerade. Ah, hätte ich vorher kaufen müssen. Egal, dann kommen wir eigentlich noch ein bisschen Basilikum noch mit rein. Dafür kommt heute ein bisschen Oregano dazu. Und dann noch zum Schluss Tabasco für noch ein bisschen extra mehr Schärfe und ein bisschen Geschmack. Zum Schluss. Man kann da auch Knoblauch mit rein machen, aber mache ich eigentlich selten. Wenn ich ja nie Bock drauf habe. Und eine Präse Ketchup. Und dann wird gleich probiert. Na Gott, ist das flüssig. Guck dir das an. Viel zu flüssig geworden. Mir war ein bisschen weniger Wasser als ich. Boah, ist das lecker. Einmal noch ein bisschen Zucker rein. Ein bisschen Zucker darf da ruhig noch rein. Boah, ist das lecker. Alter, ist das lecker. So. So, und jetzt lassen wir das köcheln. Und dann ist es ready to go. So, dann kann man das essen. Dann haben wir da oben den Deckel drauf. Lassen wir das Augenblick köcheln. So, mit dessen kann ich dann schon einmal einmal eine Möcke packen. Debe-dum. So, jetzt mach ich dann. So, ich würde sagen, die sind jetzt sofort gut. Die packen wir jetzt ins Sieb. Das sind die Nudeln, jetzt machen wir dann auch schön geile Soße drauf natürlich. Voila, haben wir Nudeln fertig und Parmesan, da kann man noch ein bisschen Parmesan drüber machen und gut ist. Ist nicht das Beste, ich bin kein Sternekoch, gebe ich zu, ich bin kein Sternekoch. Aber mir schmeckt es, ihr könnt es ja mal genauso machen, wie ich es gerade gemacht habe. Könnt ihr mir sagen, ob es euch geschmeckt hat oder nicht. Vielleicht habt ihr auch bessere Tipps unten in den Kommentaren. Ich werde auf jeden Fall mal die Volognese probieren, dazu werden wir vielleicht auch noch ein Video machen. Und ich bedanke mich rechtzeitig für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Rikimania. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tja, tja, tja. Tschüss. Vielen Dank.